so lollis herzlich willkommen zum neuen part von let's play yukai watch 3 genau lp und c anzeige deiner yukai wo denn aufgefüllt als klar ist schön gemacht deine tageskarte ist abgelaufen hol hol ein neuer um mit dem zug zu fahren ja cool nacht die box okay alles klar ja ich bin auf jeden fall mit der neuen folge von let's play yukai watch 3 ich bin auch guide heute und ich freue mich so sie war auch schön hier ist auch ein schönes kinder spielzeug ja ein guter raum mit kinder spielzeug ja cool gehen wir raus danke und weil er jetzt weiter geht so muss nein alles klar da gehen wir auch jetzt mit uns zusammen also mit euch und mit mir gehen wir jetzt dorthin ich freue mich sehr schön sehr gut und sehr schön darauf jetzt dahin zu gehen auf der karte wird aufgeben was markiert auf der karte also alles cool soll ich gehen hallo ich will gehen hallo bt da ist auch egal kommen die haben wir wollten nicht überspringen das wir geben ja auch einfach aufs egal aber wenn die in die öl springen und wenn die nicht auf grün schaltern ist es auch egal kommt so wird sicherlich cool heute ok ich denke schon so und wir müssen zum bahnhof mal wieder ist egal wir kämpfen einfach mal ja wir kämpfen einfach jetzt mal ist alles cool machen wir ja auch ne sehr schön danke sehr mache ich gerne danke schön danke wolf ja 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 na ja na na ja So, wir müssen dahin, okay, alles klar. Ich habe auch alles verwirrt hier, finde ich einfach sehr doof, aber was soll ich machen, man? Ich habe auch mal Geduld, ist alles cool, man. So, jetzt haben wir Spaß. Ich würde eigentlich mal da rein, aber ist auch egal, oh man. Ich hätte auch alles verwirrt, aber egal, jetzt müssen wir wohl in dieser neuen Stadt da rein, in dieser neuen Stadt da auch mal rein. Ich bin gespannt, ob wir da reingehen können. Kostet ihr jetzt mehr oder? Nee, es kostet genauso viel, alles klar. Ich kaufe jetzt da, das ist gerade all der VW, alles gar genau. Cool. Nehme zu, nach, äh, nach, Nehme zu, nach, Aha. Cool gemacht, das ist cool gemacht, Leute. Ist wirklich richtig cool gemacht, wie ein Bahnhof. Okay, ähm, also ich verstehe es gerade nicht, deswegen werde ich euch auch mal die Karte zeigen, die Karte eben zeigen, deswegen, also, das ist wohl hier, der Letzhausener Hauptbahnhof. Boah, ich finde das voll cool gemacht, voll cool gemacht, Leute, dass man hier so ein Bahnhof auch reingebaut hat. Der nächste Zug ist der zentralen Eilzug. Okay, also, äh, wie ist das jetzt gerade? Wo, wo sind wir gerade? Ich glaube, wir sind jetzt hier gerade, oder? Hier. Wir müssen gerade uns die befinden. Oder? Wo wurde ich gerade, Alter? Das ist cool gemacht, ne? Hat nicht schon alles cool gemacht. Vorturnalplatz, also. Der nächste Zug ist der zentralen in der Zutatenstädt. Alter, was ist das für ein Zug, Mann? Ja, wo ich da rein auch nicht? Ich weiß nicht, ob ich den gelben Zug nehmen soll. Also, ich muss jetzt doch, ich verstehe es gerade, tut mir leid. Ich hoffe, ich hole in der Karte einen Zug aus, irgendwas steht auch gerade nicht. Nimm den Zug nach Niedberg. Ja, ich weiß nicht, wo Niedberg ist. Niedberg. Alter, ist das gemein. Niedberg. Haben wir hier irgendwo Niedberg? Sonn, Sonnig. Sorry, ich bin noch schlecht gerade, oder? Ich gehe einfach mal rein, ich gehe einfach mal rein, das ist auch egal, komm. Ich hoffe, es ist richtig, ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß ja nicht, genau. Als ob der das nachspricht. Okay, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Ich liebe das so sehr hier. Ich finde das voll gute Idee an, dass man mit dem Zug auch fahren kann, hier in diesem Spiel. Voll überraschend, Alter. Oh mein Gott. Das ist voll krass, einfach nur noch ein Spiel. Wirklich, immer krasser wird es immer krasser. Also, müssen wir es warten. Oh, das ist sexy. Ich liebe diese Sache. Oh mein fucking Gott. Ich raste schon wieder aus, man. Das Spiel so cool, ey. Was ist das für ein geiles Spiel, Alter? Der nächste ist Foto oder Platz. Ja, ich muss aufsteigen. Ähm. Ja, wie... Ja, da wird aufsteigen und er ist automatisch. Geht auch automatisch. Dann ist gut, Leute. Lass uns jetzt zum Zugsteigen. Wir sind im Vor-Tunnelplatz angekommen. Cool. Oh, ich liebe das Spiel. Ist so cool gemacht. Voll gut gemacht, oder? Eigentlich schon. Ist eigentlich schon sehr cool gemacht. Und sehr gut auch inspiriert. Cool. Boah, ich finde das so gut gemacht, Leute. Ist so ein bisschen wie ein D2. Ich bekomme Human so. Ich habe auch zu. Oh, ich finde das voll cool gemacht, Alter. Was ist das für ein krasses Spiel, Alter? Ich raste aus, Mann. So, jetzt müssen wir nach Mercedes-Benz fahren, oder was? Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen reinfahren. Und danke, dass Sie heute mit der Echolinie gefahren sind. Gerne. Ah, okay. Nee, wir müssen... Wir müssen von da aus nach da und dann von da aus nach oben. Ich verstehe schon, Alter. Ich verstehe schon, du verdammt normales Schwein, ey. Ich bin so ein Gehörer, aber ist egal. Ja, let's go, genau. Oh, ich finde das so cool gemacht, na, Leute. Wirklich. Guck mal, lass doch was trinken gleich. Der müsste auch aussteigen, ja, genau. Der müsste auch aussteigen. Grünfähig, hier aussteigen. Natürlich aussteigen wir hier aus, natürlich. Wenn ich jetzt Nein drücke, dann weiß ich nicht, was passiert. Aber ich mache es auf jeden Fall, ja, natürlich. Hier redet es doch, Alter, cool. Ich finde es voll krass gemacht, Leute. Ich finde es so krass gemacht, ne. Wenn ich groß bin, baue ich in den besten Reise der Welt an. Dann werde ich reich und kann mich um Mama und Papa kümmern. Als ob es so cool ist, einfach weil es... Ich finde es so gut gemacht, ne. Ich will an die Wohin fahren, ne. Ist das jetzt in die Station? Wir müssen auch nach rechts fahren, ich dann links nach rechts. Ja, ich glaube, wir müssen anziehen. Ja, okay, hier müssen wir auch anziehen. Hier müssen wir auch hin. Ich habe ein anderes Zug, der war nicht verarscht. Ein anderes Zug war sowas von verarscht. Ich teile mal hier an, Alter, da. Cool gemacht. So, das geht auch genau, weiter geht's. Boah, ich finde das auch gut gemacht, ne. Und danke, dass Sie heute mit der Echo-Linie gefahren sind. Weiß ich doch, Alter. Tempelpark. Ne, niemals, nein, Alter, nein, 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 nein. Das ist so früh, oder? Ich glaube, es ist so früh, das ist, ne. Das ist wie so früh. Ich glaube, ich mache es... Keine Fehler, ich hoffe, ich mache es keinen Fehler, Alter. Noch nie aufsteigen, Alter. Alter, so ist richtig, genauso ist gut, Baby-Yu. Einfach immer weiter fahren, bis Petzling und nicht einfach bei Tempelpark aussteigen. Da gibt es ja auch nichts Besonderes, Alter. Wenn man da jetzt zum Beispiel auch sich erkunden könnte, oder wenn man da jetzt so ein bisschen vielleicht halten kann, oder sowas, finde ich gut gemacht, Leute. Es ist wirklich, finde ich gut gemacht, Leute. Ja, ist echt, ist echt sehr schön gemacht. Denn jetzt halt ist Waschschluchtsfälle. Hm, auch nicht, noch nicht, auch noch nicht. Erst bei der übernächsten, also jetzt noch nicht, aber bei der übernächsten, da stehe ich mal aus. Bei Waldschlochfälle auch noch nicht. Also, ich hätte echt Bock auf eine Erkundung, aber ich glaube, da gibt es nur so eine Eisenbahnstation. Und es gibt nichts Großes, leider. Ach, egal, ist nicht schlimm. Wir werden draußen auch immer sitzen und haben Spaß. Wir müssen auch noch andere einsteigen lassen, natürlich, aber ich finde es gut. Ist auch so richtig, ist auch so richtig real, so richtig, richtig echt ist das Spiel. Extrem gut, alter, wirklich. Der Nächste ist halt das Pestigen, ist ja richtig auch. Genau, Leute, ist cool. Ich finde es so gut gemacht, nach hinten. Da außen am Fenster kann man die ganze Welt erreichen und man kann auch die ganzen Sachen da beobachten. Da ist zum Beispiel ein Bus und ein Laster. Ich finde das so krass gemacht, das ist so ein cooles Spiel, alter. Kann ich immer nicht nur genug sagen, aber ey, das ist so sexy, ich liebe auch sowas. Ich habe noch nie so richtig Spiel gespielt, wo man auch ein und aufsteigen kann im Zug, alter. Das ist so richtig, es ist so richtig in der Tief, so richtig richtig, 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 richtig sexy und auch richtig, und auch richtig, ähm, koreos, aber auch richtig cool. So explosiv und überraschend. Ich finde es einfach so cool gemacht. So, jetzt sind wir aber auch endlich hier in Pets liegen ankommen und diese Geräusche sind so cool gemacht, einfach nur, ne? Boah, ey. So cool gemacht, aber jetzt müssen wir wohin? Wir müssen jetzt Richtung vornal Platz, aber wo ist denn vornal Platz? Warum können wir nicht aufsteigen jetzt hier und weiterlaufen oder was auch immer? Wichtig nicht. Das ist sehr komisch für mich, aber man kann auch speichern, alter, okay, dann Fortuna, egal, ich glaube, ich werde der beste Speicher, weil ich halt es nicht weiß, was ich machen soll, deswegen sind wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, danke fürs Zuschauen, es war cool, ich finde es auch cool, dass man auch nicht speichern kann, ich glaube schon, sehr gut bei BYU, ja, bis zum nächsten Mal, und es waren doch gar nicht so gut, aber, ja, so ungefähr, bis zum nächsten Mal, und danke fürs Zuschauen, Servus! Servus!